Moin meine Freunde und willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir haben ein bisschen was verkauft. Ich habe ein bisschen Spitzer kaputt bei den halben Stollen ausgekrammen. Ja, war eine schöne Zeit. Kleine Wochenendbeschäftigung. Ja, Schafen. Äh, schlimme Schafe, ja. Ich bin nicht zum ersten Mal. Ich glaube, das letzte Salz, das ich gegraben habe, sollte ich vielleicht in die Butterluke werfen. Ach, guck mal, wie viele Lämmer und Ferkel wir haben. Leute, ist euch das eigentlich aufgefallen? Das sind Ferkel. Ach, wie süß. Ach, wie süß. Und guck mal, wie viele Lämmer. Lamm. Lamm, Lamm, Lamm. Da noch mehr Lamm. Oh ja, es gibt Lamm zum Frühstück. Ah, die wollen wir halt hier vor dir, ha? Was machst du? Du stolz für Oskar. Stehst du da bei dem Schwein? Aber die Kühe haben kein neues Kalb. Oder? Ne. Nur die alten Kühe. Und die alten Stier. Oh, Junge, Junge, Junge. Kann es sein, dass hier ein bisschen was kaputt ist? Das ist kaputt bei dir, ey. Was sagst du? Die Stöcke waren. Die Stöcke. Oh je, da ist aber einiges kaputt. Gib brauchst du Strom? Wo? Mäh. Nicht. Wie, mäh. Umbelangst du mich? Oh, Leute. Ah, Ehren. Ehren. So. Ich will mir auch den Kuhstall hier herbringen. Oh. Oh, Löwenzahn. Ich will das sofort pflücken. Da hat mich mal ein bisschen versaut. So. Fast wie neu. Ein Kalb. Wart ihr mal bei so einer Kalbgeburt dabei? Ich war dabei. Das ist so mega cool. Der geht hin. Der packt rein. Macht mir ein Seil hinten an den Beinchen. Und dann zieht der das Ding da raus. Und das macht so. Und dann fällt das hin und versucht erstmal auf seinen kleinen, wackeligen Beinen zu stehen. Und das sieht aus, als würde er da balancieren. Mega cool, wenn das so kalt. Ja, genau. Bin ich ganz kurz aus dem Konzept gekommen. Ähm, ja. Was brauchen wir hier? Latten. Drei Latten. Und hier? Zwei Rundholz. Also drei Lappen, zwei Rundholz und vier Stroh. Eins, zwei, drei. Zwei Rundholz und vier Stroh. Und die stehen da einfach nur rum. Das ist das für eine Jugend, die nicht mehr arbeitet. Und die Frau steigt wieder aufs Dach. Daily Business, würde ich sagen. Ich höre die ganze Zeit Flugzeuge. Ich hoffe, ihr hört die nicht. Sind die da, wie das für die Sonne mal rauskommt. Ein paar Hobby-Piloten unterwegs. Geben kein Modellflugzeug. So, alles ist repariert. Wir haben so viel Nachwuchshantieren. Boah, die sind aber jetzt aus dem Boden gesprossen. Gänse-Küken haben wir auch. Ah, wie cool. Aber die leben nicht lang, ne? Ah, was heißt nicht lang? Zwölf und halb ist schon eine Zeit. Ein Ferkel. Aber ganz viele Lämmer. Guckt euch das an. Oha, ganz viele Lämmer. Ich glaube, wir sind bald voll. Und dann kann ich die alten verkaufen. Ich bin erinnern. Ein Kalb. Oh, Bereitschaft. 100%. Wir sind wieder so weit. Das gibt wieder neue Kälber. Hm, die beiden sind aber noch nicht so weit. Ich kann das nicht so wieder treinen, aber ich hab's versucht. Okay. Ah, ich bin voll aufgedreht, weil ich so viele kleine, kleine, kleine Geschenke hab. Können wir alle verkaufen. Dann haben wir keine Geldsorgen mehr. Keine Bolzen. Okay. Oh, liegen hier Bolzen? Sollten wir noch da rein? So, genau. Also. 50 Mark, dass ich nicht treffe. Ah, Mist. 50 Prozent. Sind sie zu hohe oder zu niedrig? Ah, ich hab jetzt hoch. So. Leute, so schießt man. Und jetzt mach ich die Augen zu. Wartet. 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 Ich mach gleich die Augen zu. Okay. Boah, mit geschlossenen Augen. 85 Prozent. Das muss mal einer nachmachen. Ja, so schlecht bin ich gar nicht. Ah, den hab ich ein bisschen verbockt da oben, aber. So, nochmal. Mit geschlossenen Augen. Okay. Okay. 74 Prozent. Ja, das ist okay. Ja, na, na, es glaubt mir natürlich keiner von euch, dass ich die Augen dabei zu hatte. Ja, ist mir auch egal. So. Niederstall haben die auch überarbeitet. Ich finde, der sieht jetzt richtig gut aus. Sogar 100 Prozent Futter. Ah, Stroh. Gibt's nicht. Wir haben's hier aus. Stroh aus. Gucken wir mal, ob die Feldarbeiter gearbeitet haben. Ich hab extra dafür gesorgt, dass wir genug Samen da haben. Das Gänse-Küken, wo bist du? Ist das nicht niedlich? Oh, ich hab schon fast die Taste gedrückt. Bin in Livestream. Hab mich verklickt. Äh. Äh. Ihr habt doch gar nichts gemacht. Ah, doch. Die haben Flax angesätzt. Ja, gut. Ich verzeihe euch. Wir müssen jetzt aber Klamotten machen. Ja. Teure Klamotten. Also, pack mir das Leingewebe aus. Und ein paar Leinfan. Und ein bisschen Leder. Ah, noch nicht so viel Leder. Oh je. Vielleicht nicht ganz so viel Leder. Wir wollen ein bisschen Geld kriegen. Damit wir hier richtig, richtig teuer die Sachen verkaufen können. Gute deutsche Qualitätsware. Also, was brauche ich? Was war das Teuerste, was wir machen können? Kaufschema 250? Ich brauche nur ein Gewebe und drei Fäden. Was ist denn die Hose mit Maschetten? Wer? Die wollen alle nur Leinfäden. Keiner will Lein-Gewebe. Also, wofür habe ich denn so viel Lein-Gewebe gemacht? Wolle. Ja, machen wir mal. Machen wir mal ein paar Hosen. Wir machen vielleicht nur eine und gucken mal, ob die was taugt. Ich weiß ja nicht. 195? 95? Hm. 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 Ich brauche nur noch Pelz. Überhalt mal das Lein-Gewebe. Für irgendwas wird das gut sein. Hm. 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 So. Ah, schnell die neuen Stiefelchen. Ja, die brauchen ein bisschen länger, ich glaube, die sind noch mehr wert. Ah, wenn das so schön warm draußen ist und die Sonne scheint, dann mache ich mir immer so einen Schuss Zitronensaft in das Wasser. Das schmeckt so göttlich. Und das Beste nach einem langen Abend. Am nächsten Tag wieder klar zu kommen, soviel passiert. So. 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 Ach, Leute. Und was macht ihr so? Ich habe überlegt, vielleicht mache ich mir einen Kuchen. Eine Tasse Kaffee. Ah, das Problem ist, ich esse nicht so gerne Kuchen. Aber so ein Nachmittagskuchen ist eigentlich so ein Ritual. Scheiße. Ich weiß nicht. Vielleicht packe ich Kekse. Ich habe ja einen Teil seitlich in Schottland gelebt. Da habe ich ein paar schöne Rezepte gefunden. Schottbrett. Ich weiß nicht, ich habe da ein paar Schottbrett schon mal gegessen. Es ist ein ziemlich leckeres Gebäck. Sehr einfach, sehr weich. Wenig Zucker. Eigentlich. Komm. Zucker ist eigentlich nur fast Butter und Mehl. Kann man gut essen, sage ich euch. Ich liebe Schottbrett. Guck mal, guck mal. So soll das sein. Edelstiefel 370. Ah, da geht mir das Herz auf. Ziehen wir die an? Einfache Wollhose. Einfache Leinhose mit Umschlängen. Wenn wir mehr Wolle hätten, können wir auch mehr mit Wolle machen. Die haben wir jetzt nicht mehr über. Ein bisschen Leinfaden, ein bisschen Pelz, ein bisschen Stroh. Und, ähm, was ich noch machen wollte, war Backen. Ein paar Brote, die wir verkaufen können. Oh je. Das waren unsere alten Bären, glaube ich. Oh je. Die haben so viel Verdorbenes. Daraus können wir doch jetzt super Dünger machen. Hier, Leute. Ich will, dass euch mal ein Licht ausgeht. Also, ihr sitzt hier so im Kalten und Dunklen. Na ja, ist Frühling. Kalt ist es dann nicht mehr. Ideale T-Shirt-Wetter. Boah, Leute. Ich bin heute wirklich krass müde. Oh, können wir endlich wieder Dünger. Da können wir die Felder so richtig beackern. Das hat sich doch gelohnt, Bären zu sammeln. Ach, das dauert aber noch ein bisschen, ne? Eigentlich schlecht. Das geht mega schnell. Heute wird ein bisschen gecraftet in der Folge. Ich weiß nicht. Früher habe ich das immer rausgeschnitten. Aber das ist ja Teil des Spiels. Weißt du, was ich meine? Ich meine, jeder von euch, der das Spiel spielt, der weiß, wie aufwendig das Besten ist. Guck mal, Samen haben wir genug. Jetzt wollen wir noch den Dünger dazu packen. Flachsamen. Tausend Flachsamen. Also ich glaube, die Hälfte können wir verkaufen. Die anderen Samen. Wo ist Hafer? Ich habe doch Hafer gekauft. Ich bin... Bin ich jetzt ganz blöd. Banlala. Bin ich jetzt nicht ganz balla? Was kaufe ich denn die Hafersamen hingetan? Hab ich die Hafersamen da? Weil dann müssen wir morgen erstmal Haversamen kaufen gehen. Eigentlich müssen wir die Schulden abfragen. Außerdem müssen wir essen. Ah, hier. Hm, das Brot haben die schon gegessen, die Lümmel. Ich tausche Ava gegen Geld. Oh, hier sind die ganzen Lämmer am Schlafen, oder? Oh, wie süß, guck mal. Das ist süß. So, Leute. Werfen wir schnell Hafer rein. Dann wird Zeit, dass wir verkaufen gehen. Ah, guck mal, jetzt geht's uns gut. Genug für die nächste Ernte. Haben wir momentan keinen Tiefen. So, erst gehen wir schlafen, dann holen wir das Pferdchen. Und zieht vor, wie du aufs Dach stehst. Mit der Erika, mit dir hab ich im Bett geschlafen, ne? Oh, das war ganz bequem. Oh, du bist eine kleine Heizung. Merkt ihr das, Junge? Kommt bei den Frauen gut an. So. Wo haben wir denn das Pferdchen? Ich glaube, auf der anderen Seite. Oh, natürlich hab ich jetzt das Stroh weggepackt. Die ganze Zeit lauf ich mit einem Bündel Stroh rum. Wir nehmen Sander. Komm, Sander. Go, Sander. So, Leute. Wenn wir ins nächste Abenteuer reiten. Mit diesem riesen Wendekreuz. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, euer Toshi. Bis dann, bleibt gesund, hab euch lieb. Ciao.